Und wir hatten ein paar Banditen, wenn unterwegs. Typisch Banditen, das kostet... Auf nach oben. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Jetzt geht's. Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Sollen wir. Ich bin ganz hohr. Das schaffe ich allein, vielen Dank. Ah, das riecht nach Ärger. Sollten Sie nicht schon zurück sein? Ach, ich schieß mich da nicht. Ich wette, die lassen sich Zeit mit ihm. Der Mistkerl auch verdient. Ich hab etwas gehört. Das ist ein Scharfschild-Trek. Ich werde dich nicht holen. Das war Muskel. Scheiß! Scharfschild! Ich bewege! Putter hält rein! Nicht nur was für Fische! Gut, spart mir eine Kugel. Heftiger Hauptzug ist das hier. Und los! Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Auf nach oben! Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Nein, nicht da lang. Der Weg ist versperrt. Ich musste eh mal raus. Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Und wo soll das hinführen? Gut. In Ordnung. Oh, kannst kaum erwarten. Sie haben doch einen Plan. Ja? Hm. Na gut. So wie gefühlt. So wie gefühlt. Das hat er doch verdient. Mal sehen, was hier los ist. Oh, ich schieße nicht daneben. Oh, ich schieße nicht daneben. Wieder mal raus. Sieh genau hin. Vorsicht. Sein Freundin wird merken, dass er nicht auf seinem Posten ist. Okay. Los geht's. Los geht's. Auf geht's. Wieder im Geschäft. Geht's schön schwer. Sollen wir? Wollen wir dann? Genau mein Gedanke. Gut, ich folge. Ganz alter Dreck. Ich hab jede Menge davon. Ich brauch nur ein paar Sekunden. Kopf oder Zahl. Gehört. Mach schon. Den Abführer übernehme ich. Das riecht nach Ärger. Meine Spezialität. Überlassen Sie das nicht. Wir haben sie nun überall. Wir müssen aufbauen. Wir müssen aufbauen. Weiter, sagte Mistkerl. Er sagt, er ist Kerl. Da hat schon jemand was gepunst. Jetzt geht's. Nicht stehen bleiben. Jetzt. Oh, wasche den Kopf runter. Ganz gut aus. Kein Problem. Ich. Jetzt. Teufel bist du. Schlecht hatte. Da ne? Da schlecht. Und später. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.